Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Stehe auf, werde gesund und lebe in der Kraft Gottes. Deine Vergangenheit muss nicht die Zukunft sein. Stehe auf und werde heil an Geist, Seele und Leib und du kannst der Menschheit ein Segen sein. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir sind jedes Jahr in Israel und wir freuen uns schon wieder auf die nächste Reise. Und wenn wir in Israel sind und ganz besonders in Jerusalem, gibt es eine Straße, die kennt ihr auch aus der Bibel, die Via Dolorosa, die Straße, wo Jesus das Kreuz getragen hat nach Golgatha. Und die ganze Gruppe freut sich, die ganze Reise auf diese Straße und auch auf Jerusalem. Aber wenn sie dann dort sind und sie müssen die zu Fuß gehen. Also die kann man nicht mit dem Omnibus gehen, die ist sehr, sehr schmal. Alles andere kann man mit dem Bus machen. Und dann am Abend sagen sie, Mann, ist das alles anstrengend gewesen. Aber auf der Via Dolorosa kommt man auch an einem Platz vorbei. Wenn wir, es seht hier, so sieht die Straße aus. Und dann kommt man an einem Platz vorbei. Der nennt sich Teich Bethesda. Und das ist, man geht durch ein Tor und ist dann im Innenhof dieses Areals. Und dort ist es relativ ruhig. Und wir haben dort auch immer eine ganz tolle Andacht, wo Gott wirkt. Und wir lesen in Johannes 5, Vers 1 und folgende die Geschichte, die sich dort zugetragen hat. Bald darauf feierten die Juden ein Fest in Jerusalem und auch Jesus ging hin. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Und von Zeit zu Zeit bewegte nämlich der Engel Gottes das Wasser. Wer dann als Erster in den Teich kam, der wurde gesund. Ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagerten, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach, Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es, aber allein komme ich immer zu spät. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging seines Weges. Da, das geschah an einem Sabbat. Einige der Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor. Heute ist doch Sabbat. Da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer hat dir so etwas befohlen? Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder verlassen. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den Juden und berichtete, es war Jesus, der mich geheilt hat. Soweit diese Bibelstelle. Und ich glaube, wir können uns das alle ganz gut vorstellen. Da im Teich Bethesda lag dieser Mann 38 Jahre auf seiner Matte. Ich glaube, die war nicht mehr so schön wie diese Matte, sondern die war schon richtig durchgelegen und war bestimmt schon ziemlich zerschließen. Und er wartete auf seine Heilung. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben gelesen, fünf Hallen voller Kranke, Gelähmte, Blinde, voller Leid. Fünf Hallen und ich glaube, die Hallen waren nicht klein. In einer solchen Gemeinschaft, könnt ihr euch vorstellen, wenn man nicht sich bewegen kann und liegt da nebeneinander und kann vielleicht noch ein bisschen wohin kriechen, da ist viel Negatives unterwegs. Was glaubt ihr, wie die miteinander geredet haben? Die haben bestimmt nicht gesagt, heute ist ein schöner Tag, ich freue mich, was ich heute erleben kann, sondern geht es dir heute auch so schlecht wie mir? Und ach, diese Nacht und jetzt wieder dieser Tag und die Sonne und dieser Gestank und dieser, und der eine, der schneicht nachts und der eine jammert nachts und das Ganze war doch alles so ein negatives Gerede. Und ich glaube, die 38 Jahre, er hat schon so viel gehört, so viel Negatives, dass er eigentlich nicht mehr selber wusste, wer er war. Er war ein Teil dieser ganzen negativen Mannschaft, die dort am Teichpedester lag. Wie geht es uns? Wir sind bestimmt, oder die meisten von uns, nicht gelähmt, nicht blind und sind so schwer krank, aber wir haben doch auch all unsere Leiden und auch vielleicht auch seelische Leiden. Und wenn wir in einem Gejammer, in einem Notgejammer, in einer Notgemeinschaft sind, verlieren wir unsere Identität. Und unsere Identität wird dann Not, das Problem wird zu unserer Identität. Und wenn wir nicht unsere richtige Identität haben, nämlich ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, dann haben wir Hunger nach Anerkennung. Leute, die Hunger haben nach Anerkennung, die kennen ihre Identität in Jesus Christus nicht. Weil, wenn du die kennst, dann weißt du, hast du deine Anerkennung. Ich bin ein Kind des Königs und muss hier nicht irgendwo auf der Bühne Kunststücke machen und irgendwo was machen, wo du sagst, boah, das kann nur der. Nein, sondern ich weiß es, ich bin ein Kind des Königs. Aber wie viele brauchen eine Identität, die sie nicht haben und sie suchen Anerkennung. Anerkennung kannst du bekommen, indem du jammerst. Mir geht es so schlecht. Mir ist das Geld ausgegangen. Mir geht es so schlecht und jetzt kommt noch die Miete und die Miete wurde wieder erhöht und so weiter. Und es geht so weit, bis du sagst, du bist der ärmste Mensch, den es auf der Erde gibt. Und das ist dann dem seine Identität und er fühlt sich gut für einen Moment. Und dann hat er wieder seine Probleme. So viele Menschen sind bekannt nicht, ihr Lieben, durch ihre Namen, sondern durch ihre Probleme. Und als ich mich gestern Abend vorbereitet habe, das war richtig urig. Wenn du in der Bibel schaust, es heißt die Frau mit dem Blutfluss in der Bibel. Nicht die Hannah, nicht die Gertrud oder so. Nein, die Frau mit dem Blutfluss. Es heißt die Samariterin, die die fünf Männer hatte. Es heißt die Ehebrecherin. Es heißt der Blindgeborene oder der Mann mit den Dämonen, der Leberkranke, die Zehnaussätzige, der Taube. Kennt ihr das? Sie wurden alle mit dem Namen benannt, was ihnen eigentlich fehlte mit ihren Problemen. Ist dir dein Name bekannt? Ist dein Name die Ungeliebte von dem 18-Familien-Haus? Oder ich werde immer gestorpt oder ich werde immer gemobbt. Bist du die Gemobbte oder bist du ein Kind des Königs? Was ist deine Identität? Es geht, du sollst ein Sohn oder Tochter des Allmächtigen Gottes sein. Sohn oder Tochter des Allmächtigen Gottes. Wenn du das bist und du wirst gemobbt oder gestorpt und all diese Wörter, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab, dann sagst du, ich bin ein Kind des Königs. Mir macht das nichts aus. Es tut für den Moment weh, aber wenn du deine Identität kennst, dann sagst du, wenn ich hier raus bin, ich bin ein Kind des Königs. Wisst ihr, das ist wie in einem schlechten Urlaub. Du hast last minute schlecht gebucht. Also last minute und schlecht gebucht. Du kommst hin und triffst was an, was du nicht haben möchtest. Baustelle, Wasserhahn tropft, Mutten in dem Bett und was für so alles. Der Urlaub ist so schlimm, du freust dich wieder nach Hause zu kommen. Stimmt's? Im Urlaub? Also in so einem Urlaub. Und so ist es auch, wenn wir Kindeskönig sind. Wir wissen, dass unsere Basis stimmt. Probleme ist ein Identität, Problem, dann mach eine Namensänderung. Eine Namensänderung. Ich bin Kind des Königs. Möchtest du umbenannt werden? Trägst du den Namen, den dir deine Umgebung gegeben hat? Das ist die Blöde von nebenan. Das ist die, die immer meckert. Trägst du den Namen oder trägst du den Namen, ich bin ein Kind des Königs. Ja, das ist die Bibel, nennt dich Kind des Königs, wenn du Jesus angenommen hast. Jesus kam, Jesus kam und er schaute in dem Teich. Und Jesus kam und schaute nach dem einen in der Masse. Nach dem einen in der Masse am Teich Bethesda. Das sind die Überreste vom Teich Bethesda. Und Jerusalem wurde ja viele Mal zerstört und wieder aufgebaut. Und an einer Stelle kann man ganz runter schauen bis zum Wasser. Und da lagen sie. Und eine ganze Masse, wir lesen es im Bibeltext, lag dort. Und die Masse war beschäftigt mit ihren Problemen. Und ich erkenne da auch so, die Christen, die sind manchmal so beschäftigt mit ihren Problemen, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie sind und wer ihr Vater ist. Aber einer von ihnen, von der ganzen Masse, er wollte geheilt werden. 38 Jahre war er krank. Jesus hatte kein Mitleid mit ihm, hatte wirklich kein Mitleid mit ihm und für die Masse. Und Jesus hätte ja eins machen können. Er hätte ja sagen können, komm, da liegt der Kranke, Gelähmte. Ich lege mich zu dir und jetzt machen wir mal eine Runde Mitleid. 38 Jahre ist alles so schlimm. Und ich kann dich gut verstehen. Und dieser Gestank, wie hältst du das aus? Du, ich habe eine Idee. Wir gründen eine Facebook-Gruppe. Die nennen wir Not am Teich Bethesda. Und du gründest die, wie heißt du? Ja, Eugen, ja, ich gründe, gut, ja. Wir liegen hier am Teich Bethesda. Hier hat es Tausende und so weiter und so fort. Und du drückst das ab. 2000 Likes. Schau mal, wie beliebt wir hier sind. Wie beliebt wir unsere, und noch ein Like. Und ein Like, ja, und noch mehr. Guck mal, alles, boah, wie das boomt. Wir haben es richtig gemacht. Schau mal, die ganze Welt hat Mitleid mit uns. Was nützt es dem Kranken, dem Gelähmten? Der kann dann 39 zählen, 40 Jahre, 41 Jahre. Irgendwann wird er mal sterben. Nein, Jesus hat sich nicht zu ihm auf die Matte gelegt, sondern er hat wirklich gesagt, willst du geheilt werden? Das ist nicht, was in der Bibel steht, dass Jesus gesagt hat, komm, ich komme zu dir. Das hat er gesagt. Aber er hat nicht gesagt, ich jammere mit dir. Sondern er hat gesagt, willst du gesund werden? Du bist der Sohn des lebendigen, du bist, ja, was ich hier, du bist ein Sohn oder eine Tochter des lebendigen Gottes. Und das ist, willst du geheilt werden? Hat Jesus ihn gefragt. Wenn heute Jesus das Gleiche getan hätte, hätte vielleicht die Zeitung Folgendes geschrieben. Ein Jesus ohne Mitleid. Jesus fragte einen der Tausende am Teich Bethesda, ob er geheilt werden möchte. Was ist das für eine Frage, wenn man 38 Jahre krank ist? Wäre es nicht besser, wenn er von der Tempelsteuer den Kranken die Bedingungen verbessern würde? Betten, Wasserqualität und so weiter. Durch die Heilung des einen riss er ihn aus seiner Umgebung. Jetzt muss der arme Kerl wieder arbeiten. So könnte ich mir heute auch die Presse vorstellen. Also, das ist wie, wenn irgendwo im Dschungel eine Bibel hingebracht wird und die Presse sagt, dort wurde jetzt die ganze Kultur zerstört. Ihr Lieben, so könnte es sein. Aber, klinken wir uns da ein, willst du gesund werden? Und ihr Lieben, das heißt im Griechischen, willst du allumfassend heil werden? Allumfassend heil werden. Ich habe in dem Heilungsseminar mit Hessel Barz die Predigt gehalten, die allumfassende Heilung und die ist Geist, Seele und Leib. Und das ist, willst du gesund werden? Heißt nicht nur, dass deine Knochen wieder gehen, sondern Geist, Seele und Leib. Willst du gesund werden? Und ihr Lieben, willst du wirklich, wollt ihr wirklich Verantwortung übernehmen, geheilt zu sein? Möchtest du, es ist eine Verantwortung, du bist in Verantwortung, wenn du geheilt bist. Du hast eine Verantwortung, weil wir die Verantwortung haben, Gottes Herrlichkeit zu reflektieren. Und das können wir sehr schlecht, wenn wir krank sind, stimmt's? Aber, wenn wir gesund sind, haben wir eine Verantwortung. Möchten wir diese Verantwortung wirklich übernehmen und nicht alle wollen geheilt werden? Was Jesus für dich tat, ist größer als das, woran du leidest. Klebst du an deiner Matratze? Ich sage dir, steh auf. Steh auf, wenn mein Vater zum Beispiel nicht aufgestanden wäre, würde dieses ganze Zentrum nicht existieren. Wenn wir, Isol und ich nicht irgendwo mal aufgestanden wären, als wir in Korea waren, würde es nicht schon über 50 Gebetsnächte geben? Oder in Israel, was wir demnächst einweihen, die 52. Kindertagesstätte, Kindergarten. Ihr Lieben, das heißt aufstehen oder die Tausende von Kindern in Israel. Ihr Lieben, könnte man dies und das nicht den Armen geben? Wie hören wir das ab und zu? Muss das alles so sein? Könnte man nicht Gottesdienst in einem Zelt machen? Muss das alles so sein? Ich möchte dir eins sagen, der du so denkst. Bring mir einen, der kritisiert und der mehr getan hat, wie wir für die Armen getan haben. Ich werde dich sehr schätzen. Ich habe noch keinen Kritiker gesehen, der richtig viel getan hat, außer kritisiert hat. Außer das ist verkehrt, jenes ist verkehrt. Schaut mal, wir kommen am Schluss noch zu den Religiösen, die gesagt haben, Heilung ist verkehrt. Nur sechs Tage in der Woche. In der siebten Tag darfst du nicht heilen. Das ist Sabbat. Und wir haben jetzt gerade den Zyklon, der in Indien war, in Orissa. Da hat es von unseren Schulen die Dächer runter. Da sind wir gerade dran, die Dächer zu reparieren. Ihr Lieben, steh auf und tu was. Steh auf und tu was. Steh auf und werde heil an Geist, Seele und Leib. Und du kannst der Menschheit ein Segen sein. Tu das. Und das ist das Wunderbare. Und ihr Lieben, der Teufel will dich auf der Matte halten, dass du das nicht bekommst, was Jesus für dich bereit hat. Er will dich auf der Matte halten. Und sagt, ich sehe, es ist nicht schlimm, wenn du gesegnet wirst auf der Matte. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich sage dir, dein Gehorsam reflektiere Gott für die Menschen und werde befreit. Es gibt einen Preis zu bezahlen, Lieben, von der Matte aufzustehen. Du musst den alten Schmutz, den Gestank, all diese Bequemlichkeit auch hinter dir lassen. Warum schenkst du dem Feind noch so viel Zeit? Du sagst, ich schenke dem Feind keine Zeit. Doch wenn du immer die Vergangenheit wiederkäust, immer wiederkäust. Kennt ihr die Wiederkäuer? Ich war auch vor zwei Wochen bei den Wiederkäuern. Kennt ihr diese? Immer wieder, immer wieder und immer wieder. Und dann kommt es immer wieder. Und weißt du noch, und ich kann nicht vergeben, weil und immer wieder. Wiederkäuen, wiederkäuen, wiederkäuen. Und ich sage dir, lass dieses Wiederkäuen, sondern strecke dich aus. Stehe auf, werde gesund und lebe in der Kraft Gottes. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Du willst, ja. Du wirst nicht mehr bekommen, als du dir vorstellen kannst. Als du möchtest. Ich war in Friedrichsthal an einer ganz neuen Waschbahn und die geht vollautomatisch. Ich habe erst mal das Auto beiseite gestellt, weil da waren so viele Knöpfe und Bankomad und Tralala und Listen. und dann gab es da eine ganze Liste, was ich möchte. Also Sparwäsche, dann Unterbodenwäsche und so weiter, bis Mikroschaum und allem Möglichen drum und dran. Und die ganze Liste, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Sorten. Ich habe eine Sorte gewählt. Nehmen wir an, ich habe die Sparwäsche gewählt. Ich sitze da nicht im Auto drin und sage, wo ist die Unterbodenwäsche? Wo ist der Mikroschaum? Wo ist die Felgenwäsche? Und so weiter. Aber so sind die Christen unterwegs. Sie buchen Sparwäsche und verlangen das volle Programm. Und ich sage dir, es ist wirklich, steh auf, wirklich steh auf. Deine Vergangenheit muss nicht die Zukunft sein. Ich sage dir, deine Vergangenheit, sie muss nicht die Zukunft sein. Erst, wenn du von der Matte aufstehst, bekommst du Einfluss. Und wir sollen Frucht bringen. Ihr Lieben, wir sollen Frucht bringen, nicht einfach nur dahin vegetieren und andere richten. Nein, wir sollen Frucht bringen. Was ein Christ, ihr Lieben, ja, was ist ein Christ, der keine Frucht bringt? Der ist oftmals eine Schande. Und auf die Frage von Jesus, den Gelähmten, möchtest du gesund werden? Er hat nicht ja gesagt, sondern er hat gesagt, keiner bringt mich in den Teich. Wenn Jesus sagt, willst du mein Kind sein? Dann sag nicht, oh, ist das alles blöd auf dieser Erde. Sondern sag, ja, ich will. Sag wirklich, ja, ich will. Wie viele haben das schon am Tag gesagt, als die Ehe geschlossen wurde? Ja, ich will. Ja, ich will. Sag das auch in der Beziehung zu dem lebendigen Gott. Sag das auch in der Beziehung, wenn er sagt, möchtest du geheilt werden? Auch für deine Seele, auch für deinen Leib und für deinen Geist. Ja, der Heiler, der Helfer steht jetzt vor dir und er möchte dich berühren. Fang nicht an, dich zu rechtfertigen. Wir können alles so beschreiben. Wir Christen sind so gut, unsere Not zu erklären und unsere Haltung irgendwo zu erklären. Jesus sagte, nimm deine Matte und geh. Nimm deine Matte und geh. Er hat nicht gesagt, ja, ich komme nächstes Jahr wieder, bring dir einen ganz guten Kuchen mit. Nimm deine Matte und geh. Und der Lahme konnte das, was er zuvor nicht konnte. Und er hatte kein Mitleid mit ihm, sondern er brachte ihm die Lösung. Jesus möchte auch nicht dich bemitleiden, sondern er möchte dir die Lösung bringen. Ist das nicht wunderbar? Gib mal dem Herrn einen Applaus. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Musik 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 Musik